Jetzt Bauer Call Bauer Call Hallo liebe Freunde von TV1 und MV Schwerin oder wie das heißt Hier ist euer Bauer Call Ich bin nach dem Himmelfahrtstag, lass uns das heute ganz schnell machen Und vor allen Dingen nicht so laut Das war eine totale Enttäuschung Das Wetter war gut, aber die Frauen Die Frauen, die haben am Bierwagen mehr getrunken als ich Die hatten einen größeren Pollerwagen Die haben die ganzen Freunde vom Dorf und am Tisch gesoffen Die Frauen, die haben die schmutzigsten Witze erzählt Es war nicht mehr so wie früher Und wisst ihr woran das liegt? Alles nur wegen der Emanzipation Hau hin und pisch nicht in Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe Hast du gehört? Da brüllt immer nur eine Das war unser Held vom Feld Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick Und für die Frau der Stürmer Und für die Frau war ein bisschen Es war eine schöne Schmutzung Und für die Frau